Wenn es um das Thema Sterbehilfe geht, dann lohnt es sich zuerst einmal hinzusehen, welche Fragen Menschen am Lebensende betreffen und beschäftigen. Da geht es um Angst vor Schmerzen, um Angst vor Einsamkeit, um Angst, jemand anderen zu Last zu fallen und um Autonomieverlust, also um Angst, nicht mehr selber Entscheidungen treffen zu dürfen, Herr seiner eigenen Lage zu sein. Diese Sorgen sind sehr ernst zu nehmen und wir können Ihnen Gott sei Dank auf vielen Ebenen bereits gut begegnen. Wenn es um die Frage der Schmerzen geht, hat sich die Medizin hier schon sehr wesentlich entwickelt. Wir haben durch die neuen Erkenntnisse in der Palliativversorgung und Palliativmedizin Wege gefunden, dass Menschen in fast allen oder sehr weitgehend nicht mehr Angst vor Schmerzen haben müssen in der letzten Phase ihres Lebens. Durch die Entwicklung der Hospiz haben wir diese Begleitung in den letzten Stunden des Lebens, sodass es hier auch eine große Unterstützung von pflegenden Angehörigen geben kann. Also es geht um die Umsorgung, um das Nicht-Alleinlassen. Und wir haben über die Möglichkeit der Patientenverfügung und mehrerer gesetzlichen Bestimmungen garantiert, dass ein Mensch sich nicht gegen seinen Willen behandeln lassen muss. Unsere gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass ich als Patient bei Bewusstsein immer eine Behandlung ablehnen darf. Das heißt, ich werde nicht gegen meinen Willen mühsam am Leben erhalten, soweit ich mich äußern kann. Und die Patientenverfügung ist noch dazu ein Instrument, dass ich auch über den Moment, wo ich mich nicht mehr äußern kann, entscheiden kann oder bestimmen kann, wie ich behandelt werden möchte. Ich kann mir nicht aktiv die Tötung wünschen, aber ich kann Behandlungen ablehnen. Und das bedeutet, wenn ich nicht ein Antibiotikum gegen meine Lungenentzündung bekomme in einem gewissen Stadium, werde ich wahrscheinlich sterben. Ich kann sogar über weite Strecken gewisse Formen der künstlichen Ernährung ablehnen. Das heißt, hier hat der Gesetzgeber Sorge getragen, die Patientenautonomie hochzuhalten. Ganz wichtig aber ist, dass wir das Verbot der Tötung auch verlangen und die Beihilfe zum Selbstmord strafrechtlich verbieten. Und dass es so wie in Österreich bei diesen Verboten bleibt. Denn hier geht es um das aktive Töten und hier würde eine Mauer des Schutzes fallen. Schutzes für wen? Schutz für jene Personen, die krank, einsam und hilfebedürftig sind und sich nicht mehr durchsetzen können mit ihren Interessen. Denn hier würde es immer mehr die Erwartungshaltung wachsen, dass auch diese Personen ihrem Leiden ja ein Ende setzen können. Wir wissen das aus der Entwicklung von Nachbarländern. Aus der ursprünglich angedachten Selbstbestimmung wird sehr bald eine Fremdbestimmung und vor allem verliert die Umgebung schnell das Verständnis dafür, dass ein Mensch die Leiden auf sich nehmen möchte und dem Sterben lassen, ja, aber nicht dem Sterben verhelfen. Also umgekehrt gesagt, nicht Leben um jeden Preis verlängern, Sterben, Sterben zulassen, aber nicht Leben aktiv, auch durch Unterlassung beenden. Ich möchte in einer Welt leben, wo Menschen wissen, dass sie Schmerzen haben dürfen, sich äußern dürfen über ihre Schmerzen, ja sogar das Recht haben zu jammern. Aber die Gesellschaft um sie herum ihnen signalisiert, wir hören dir zu, bis zuletzt.